Aufwachen! Aufwachen! Wo bin ich? Wo ist Reznov? Sie werden unsere Fragen beantworten. Haben Sie verstanden? Wer zum Geier sind Sie? Das ist unwichtig. Wichtig ist nur, wer Sie sind. Alles noch! Wo wurden Sie geboren? Leckt mich! Ihr Name ist Alex Mason. Geboren in Fairbanks, Alaska. 1961 gehörten Sie zu einer Gruppe von C.I.E. Attentätern mit Namen Operation 40. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja. Wo ist die Sendestation? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Die Zahlen, Mason. Was bedeuten Sie? Von wo aus werden Sie gefragt? Ich weiß nicht, bei irgendwelchen Zahlen. Das ist mit Dragovic. Geben Sie uns, was wir wollen, und wir garantieren für Ihre Sicherheit. Tja! Fangen wir von vorne an. Kuba 1961. Die Schweinebucht. Wir wissen, dass Sie drauf waren. Nein. Verarschen Sie mich nicht, Mason. Ich weiß, wer Sie rühren können. 61, Schweinebucht. Was ist passiert? Alle wurden getötet. Lügen bringt nichts, Mason. Sie sind mit Wutz und Bowman reingegangen. Wutz. Bowman. Dragovic. Dragovic. Verinnern Sie sich an Dragovic. Castro. Wir sollten Castro töten. Wir sollten Castro töten. Dragovic. Die Polizei wird gleich hier sein. Machen wir schnell. Boots. Lange nicht gesehen. Lange genug, Carlos. Kennst du Bowman? Carlos. Und das ist Mason. Was ist los, Carlos? Hast du was wir brauchen? Er wird hier sein. Auf der Plantage. Meiner alten Plantage. Unser Angriff auf den Flugplatz verschafft euch genug Zeit, einzudringen. Wie kommen wir wieder weg? Wir werden auf euch warten. Seht zu, dass ihr da seid. Ausgezeichnen. Wir haben Gesellschaft. Schauen Sie die Papiere jetzt. Ich sagte, wo kommst du her? Cool bleiben, Wurz. Ich rede mit dir! Okay. Alles ist bereit. Bereit machen, Carlos. Tut mir leid wegen der Bar, Carlos. Kein Problem. Meine Männer kümmern sich um die Leichen. Die Insassen steigen aus. Sie tragen Schrottflinte. Bowman, Carlos, Feuerschutz gehen. Wir kämpfen uns durch die Straßen vor. Mason, zu mir. Gehen wir. Beseitigen. Und die Straße hinauf. Bowman, nach rechts. Schon dabei. Die Nase erwischt. Bewegung. Er ist tot. Geht aus! Heerland in die Gasse! Zum Wagen! Verstärkung! Baume! Rückendeckung! Lade nach! Kontakt in der Gasse! Wir sehen uns am Flugplatz! Suerte, Freunde! Gas! Los! Aus dem Weg, verdammt! Maßenstab! Das sehe ich! Gib Gas, Mason! Wir verlieren ihn! Mason, Sie sind der Polizei entfischt! In der Schweinebucht liegt der Angriff! Sie waren unterwegs zu Castros Anlage! Wir verlieren ihn! Nochmal, wir haben keine Wahl! Was soll das? Da ist die Anlage! Carlos und seine Leute sollten jeden Moment den Flugplatz angreifen! Das ist das Signal! Ein Gläten! Es geht los! Und wie wir sind! Sie sind da! Sie sind da! Na! Da sind die Anlage! Auf der schlumme! As решigst! Der Schmuss! The 약간 der Schmuss ist unter seinem Flugplatz! Die Ausguss ist unter Geheim! Die Anlage! Wir werden dass die Menschen in der Flubbe sind. Maast der Schmuss! Wir sind laut! Die Anlage! Perfekt, alles konzentriert sich auf den Flugplatz. Konvoi voraus, nicht angreifen. Warte, lass sie passieren. Raumen, lenke Flacke. A los! Coño, ombra abajo! Ramate! Fue lobo! Ziel ausgeschaltet. Die Invasion ist passiert. Kapitel Aperissage ist unter den Ataquen. Wir haben Fondas auf dem Weg. Flacke, ausgeschaltet. Warte, 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 warte. Warte, lass sie passieren. Raumen, lenke Flacke. A los! Werfe Granate! Warte, 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 warte.